Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Continuum. Ja meine Freunde, wir sind immer noch unter Tage. Wir sind wirklich schon zwei oder dreimal gestorben hier drinnen. Es ist hart, es ist eine harte Höhle. Aber es lohnt sich und wir sind auf der Suche nach Gold, weil wir brauchen massig Gold. Wir haben eine Mine gefunden. Ich hoffe doch mal, dass wir auch in der Mine Gold finden. So, wir bauen hier natürlich wieder alles ab. Auf der Hoffnung, dass wir erfolgreich werden. Wir brauchen wirklich sehr viel Gold, um einfach in unserer Entwicklung weiter zu kommen. Wir möchten das nächste Zeitalter erreichen. Das Zeitalter, in dem wir unseren ersten RF Strom produzieren. Auch noch so wie es aussieht. Manuell, aber egal. Ich hoffe nur, wir werden, finde ich, da ist unser Totpunkt. Okay. Was ist hier unten? Okay. Wir machen folgendes. Äh, lass mich mal gucken, habe ich da was drinne? Bruchstein, ja. Ich nehme Bruchstein dafür. Ups. Wir leuchten hier natürlich gleich mal aus. Wir werden hier alles mitnehmen, was wir finden. Ja, haben wir zum Glück unsere Tinker-Axt. Und... Ich habe auch schon die Befürchtung, durch das, dass ich jetzt eine kleine Aufnahmepause hatte und dass es eine neue Aufnahmesession ist, dass mir den Weg so leicht nicht mehr rausfinden kann. Oder sogar Redstone, das ist sehr gut. Redstone werden wir brauchen, um... um... unsere Tinker-Werkzeuge schneller zu machen. Und natürlich auch für die Maschinen. Also wir werden massiv an Redstone brauchen. um einfach weiter zu kommen. Darum wird alles mitgenommen. Aber wirklich da ist... Ich hoffe auch mal noch ein bisschen Zettel-Sparks zu fügen. Ich hoffe auch mal noch ein bisschen Zettel-Sparks zu fügen. Alles... Alles... Darum wird auch... Hier geht... Alles... mitgenommen. Redstone... Unter der Schiene. Okay. So... Ich denke mal, wir haben... hier alles. Und darauf möchte ich doch denken, dass... uns... die Monster dann auch mal in Ruhe lassen. Hier... Was ist das hier? Wir sind hier runter. Wir wollten eh hier lang. War hier noch was? Nein. Ich kann nur sagen, zum Glück haben wir die Tinker-Spitzhacke dabei. Die können wir unterwegs reparieren. Ein bisschen einfacher wie... Das andere... Ich hätte es gut gefunden. Naja... Es sind jetzt aber nicht auf der Suche nach... Wie heißt's? Wien? Noch nicht. Wo kommt das Wasser her? Ich muss das Wasser abschalten. Aha... Auch gemisch. Und das war hier hoch. Komm... Hier... Wo sind wir hier? War man hier schon? Nee. Okay. Wir schalten erst das Wasser ab. Alter... Ich bin schon wieder ganz woanders, wo ich sein möchte. Aber egal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe jetzt nicht nach da oben. Da ist auch noch mal Wasser im Wasserlauf Alles klar Zertus Quarz Ihr könnt aber auch noch ein Geladen brauchen Ich brauche ein Minimum 3 oder 4 Geladen Zertus Quarz Um die Sache nachher zu automatisieren Da haben wir schon jetzt Wackel oder Warmaschinen Wir sind hier dann Ich glaube nicht drauf runter Wir gehen aber hier wieder runter Autsch Die Miene weiter entlang Die Musik hört sich sehr optimistisch an Gold Perfekt Mit dem bin ich hier Jetzt will ich mal kurz Glück Jetzt will ich mal was ausbreiten Dann machen wir mal kurz unsere Inventale Mal kurz hier ausweichen Bevor wir hier Besuch kriegen So das bin ich mal was ausbreiten Vielleicht kann ich ja Ich nehme mal das Lab Ich nehme mal das Lab Das Lab ist raus Flux Bruchstellen lassen wir hier Kein geladener Zertus Quarz Das ist bedauerlich So komm mal her du 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 Da haben wir auch noch Lapis Ich habe sogar ein Bett dabei Wow Kann ich das hier machen? Ein bisschen Tempo Noch ein bisschen Tempo Noch ein bisschen Das geht nicht Entweder ich werte auf Oder Tempo haben wir das Maximum drauf Aber wir reparieren sie gleich Wie wir schon dabei sind Okay Glück Hm Wir müssen mehr Glück mit drauf haben So mehr werden wir hoffentlich Hier an Material kommen Hier an Material kommen Ja und ich pack mal da wieder rein Oder haben wir ja auch noch Das ist ja schön Okay Na dann Weiter Schienen nehmen wir mal nicht mit Ich habe es bis jetzt noch nicht vor Hier ein Schienensystem aufzubauen Okay So War das alles von Namin? Jetzt hör auf Da muss es doch noch weiter gehen Da muss es doch noch weiter gehen Hier Nein Aber ich höre spinnen Okay Okay So So Dann werden wir mal in die Richtung weiter gehen Oh da hinten haben wir noch Da geht es weiter. Oh, da ist sogar eine Lohre. Wir müssen uns Fackeln bauen. So, Sticky-Bistick-Sticks. Ups. 48 Fackeln, das reicht erstmal. Hier waren wir schon. Und jetzt noch Zeug zum abbauen, dann gehen wir in die Richtung. Eis. Für euch. Für Lava. Ich werde mal eine Fackel machen. Ich frage mich, wie die Bienen sich hier unten ernähren. So, aber Volt ist wirklich sehr selten, muss ich sagen. Wir können natürlich jetzt mal schauen, ob wir da hinten irgendwas finden. Ja, da hat zumindest Eisen. So, wir kommen von da, glaube ich. Das war doch nicht. Haben wir da runtergepackt? Hier ist so dunkel. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Dann komm, geh mal da lang. Alter. Das kannst du halten, wie du willst da oben. Jetzt nehme ich Gold. Da waren wir noch nicht. Hier war man definitiv noch nicht. Da. Wo? Da. mich bei meinem Goldabbau zu stören. Alter, was ist das? Da oben ist ein Enderman. Bitte eine Perle. Keine Perle, aber fast tot. Ich hätte auch mal eine Enderperle hergeben können. Okay, wir gehen mal hier weiter. Da. Da geht's mal. Ähm. Ich hatte das vor. Äh. Entschuldigung. Ich muss niesen, wollte ich sagen. das kam jetzt so schnell und dadurch keine chance das zu unterdrücken ich schaue mal dass wir den wasserfluss hier irgendwie im griff kriegen ist da hinten noch irgendwas alter ja ein creeper ist da hinten ich das hasse alles so verzwickt hier ja klar du hast genug gefehlt in meiner rechnung der hat mir noch gefehlt in meiner rechnung wieder einer sind auch nur einen boden trocken ich muss mich erst heilen das war ein steg futtern so jetzt heilen wir uns deswegen bisschen kohle egal dann bauen wir es auch ab okay zombie benutzer okay wir gehen mal weiter hier hoch oh mein schwert ist bald kaputt dann haben wir aber ein richtiges problem da müssen wir gucken dass man rauskommt also wenn schwert kaputt ist dann müssen wir raus zertus platz das möchte ich eigentlich haben da haben wir auch noch ein bisschen ton ja und da bauen wir uns mal gut gut ich bin ich bin nicht Alter, worauf lasse ich mich hier nur ein? Ah, toll! Ok, sieht von euch irgendjemand Gold? Da hinten haben wir noch Zertus Grabs. Nie im Geladen dabei. Okay. Dann haben wir noch Kohanium auch. Okay, holt dich. Okay, hier nehmen wir unten so. Na, kommst du oder nicht? Ist ein Ton noch mit hier. Nicht gerade da, wo man den Ton abbauen möchte. Wenn es mal so viel Gold geben würde wie den anderen Scheiß, wo man es eigentlich am Anfang gar nicht so braucht. Aber was wir haben, wir haben genügend Platz. Wie gesagt, das einzige Problem wird wahrscheinlich sein, dass unser Schwert nicht mehr mitmacht. Da war unser Tod. Ach, da kam er ja hoch. Ich glaube, ich kann mich an die Stelle hier erinnern. Gut. Wie sieht es hier aus? Da war mal auf. Egal. Wasser ist ja nicht so schlimm. Alter ist das eine riesen Höhle hier. Hm. Autsch. Ja gut. Hier waren wir schon überall. Das sehen wir ja. Da wird mir das gleich kaputt gehen. Oh. Da nehmen wir doch ein bisschen mit, wenn wir schon mal hier sind. Momentarfeld. Super. 5 Gold. Ey, das ist gar nichts. Für das, dass wir jetzt so lange hier drin sind, ist das gar nichts. Oh, wir sind ja schon bei einer halben Stunde. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle machen wir das. Bisschen einen kleinen Cut. Ich werde hier in der Zwischenzeit das Sidian abbauen. Weil das werden wir nämlich auch noch brauchen. Ja, wisst ja Bescheid. Wir wollen ja irgendwann auch einen Nähtau. Und ich würde mal sagen, ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Und wahrscheinlich werden wir in der nächsten Folge dann langsam aber sicher den Ausgang suchen. Und ich hoffe ja mal, dass wir da noch Gold finden. Also, bis dann meine Freunde. Ciao. 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 Ciao.